Herzlich Willkommen meine Freunde hier zu Let's Play NBA 2K13, genau. Beim letzten Mal haben wir gegen die San Antonio Spurs gespielt und verloren. Oh, Mann, Yannick, du warst mehr schuld. Ja, ich, ne? Ne, und heute diesmal wirklich in 7x20p, weil der Yannick hat einen kleinen Fehler gemacht. Ja, hab beim Rindern vergessen richtig einzustellen. Was machst du denn da eigentlich wieder? Da bin ich doch. So, wir spielen jetzt gegen die Brooklyn Nets und zwar zu Hause. Na, das ist doch wenigstens etwas. Und ich würde sagen, wir springen zum Spiel. Oh, yeah. So. Erstmal wird alles gespeichert und für die Brooklyn Nets die Starting Five mit Lex. Einmal Darren Williams. Joey Johnson. Gerard Wallace. Chris Humphreys. Humphreys. Und Brock Lopez. Okay. Joey Johnson. Da ist Joe Johnson. Joey Johnson. Du musst mal rüber gehen. Du musst mal rüber gehen. Ach so. Ja, geh zu Brooklyn. Ey, bester Scorer. Darren Collison, 20 Punkte pro Spiel. Ja, das ist geil. Du musst ihn blicken. Ja, das ist immer so ein bisschen geiles Overtime Spiel wiederhaben ey. Ja. Momentan haben wir die Dallas Mavericks, hatten ja ganz verloren. Aber haben die letzten beiden Spiele knapp verloren. Einmal durch Buzzer Peter haben sie verloren. Hm. Ja. Wie letztes Jahr durch den gleichen Spieler. Normal. Gut. Und dann haben sie in Golden State verloren. Drei Punkten. Und weil wir müssen jetzt hier rüber reden. Wir haben TLC. Ich weiß nicht ob das Content enthält. Aber sicherlich enthält es. Ja. Aber es wird dann nicht gleich gesperrt werden. Nur Überstimmung. Inhalte. Ja. Gibt's auch was zu langwert bei dir hin. Nö, nix neues Leute. Wir haben jetzt Ferien. Ihr sich auch. Ihr sich auch. Ihr sich ja auch. Also wenn ihr diesen Part hier seht, dann bin ich schon in London. Aber das kommt noch am Sonntag ein Video. Ausnahmsweise. 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 Springt da drauf. Brooklyn Nets. Gegen die Dallas Mavericks. Genau. Und hier sehen wir die Nets. Das ist äh. Darren Williams. Genau. Das wollte ich gerade sagen. Daneben rechts daneben war Chris Humphreys. American Airlines Center. 8 zu 3 die Nets. Und wir haben 9 zu 3. Ja. Wir sind noch ein Spiel besser. Und jetzt die Aufstellung. Darren Collison. Vince Carter. Sean Marion. Dirk Nowitzki. Und Chris Kamen. Aka Gandalf. Aka Gandalf. Oh yeah. Dirk Nowitzki. Und mal sehen wie wir heute hier spielen. Ich bin auch Profi oder? Keine Ahnung. Ich guck der Mann nach. Ich weiß nicht mehr mehr wie die Steuerung geht. So. Wir kommen an. Ich bin nur übrigens der der springen muss dann. Profi. Wunderbar. Wir werden damit versuchen. Okay ich springe hier mit der Tassi. Ha. Sieste. Wer bin ich denn? Meri. Ach so bin ich oder? Ah nicht bist du. Nein du bist grün. So. Ach so mit X-Wechselspiel. Ich muss mich erstmal von FIFA umgewöhnen. Das ist immer echt ein Problem. Du wir haben noch neun Sekunden. Bam. So die ersten Punkte für Dallas. 240er Dank sogar noch. Und? Mit Foul. Ach so mit Foul. Hab ich ja nicht gesehen. Hab ich gut gemacht. Ja dann mach mal rein mit Marion. Mh. Der ist noch reingegangen. Schön schon. Ähm. Came in in die Defense erstmal. Ich bin erst. Hier geh ich mit dem Kolossen da an. Ja dann. Ich deck dich. Nein jetzt hab ich ihn leider gefault ey. Bin nur zu. Reingesprungen. War so doof. Dobi wieder ja. Guck mal da. Ja. Da ab. Ein bisschen. Voll in die Fresse ey. Ein bisschen voll in die Fresse. Der guckt da auf ihn gegen die ey. Wenn der trifft nicht. Haha. Sorry. Schön. Hier vorne Karte. Passe. Ja mann. Wir stehen noch zwei Verteidiger. Guck mal diesen Trick jetzt. Da muss. Was ich jetzt hier gerade. Okay das ist kein Trick. Aber hier drückst du Y an. Du musst nur einmal drücken. So. Und wenn du jetzt einmal vorbei willst. Dann musst du den linken Stick. Einmal so vorbeiblen. Dann bist du vorbei. Okay. Zum Beispiel. Raus auf Kolossan und. For free. Schön. Schön schön. Und wenn jetzt mal den Spieler. Äh. Passend wird. Dann drückst du einfach mal hier oben. Und dann drückst du die Taste. Und dann drückst du die Taste. Und dann drückst du den Spiel. Ja. Ja. Stefan Kader. Also Tobias erklärt mir jetzt noch einen Patrie von X. Boah. Er warte. Voll er lieben. So. Boah. Der drückst die Taste. Und jetzt haben wir da. Jetzt kann ich das Wort. So. Fritz gepasst. So rüberwerfen. Und den rein. Oh. Okay. War ein bisschen doof gespielt aber. Mal. Mal. ganz knapp ey. Ah nur wo faul. Okay. Also sie haben Ball. 6 zu 2. Eigentlich ein ganz guter Start. Ja. Das nach. 5 Minuten ist ein Reiß. Boah. Weißt du das denn? Ja. Wir nehmen jetzt unsere Stimme mit Outer City auf. Äh. Die letzten 4 Parts waren ein bisschen asynchron vom Ton. Ja. Und dann haben wir auch nicht das Problem, dass ihr wieder meint, dass hier der Ton lauter ist. Also ich sage nur, es gab drei Soundprobleme. Der Ingame-Sound, also hier vom Spiel drin, der war auch asynchron. Ne. Das war einmal, ja. Weil wegen der scheiß Legs hat Fraps nicht mehr gespielt. So. Was werft man eigentlich mit X wirft mal rum? Boah. Hoffen Witzki. Du kannst aber dies by Reden nutzen, um im Korb zu machen. Um im Korb zu machen. Das Kalerlte spielt 20 Punkte. Du gehst mit Kolas und Maron nicht bei mir mit Lovitzki. Oh. Ich muss dann mit Kolas und Maron nicht bei mir mit Lovitzki. Du gehst mit Kolas. Wachst du denn dann mit Lovitzki? Was machst du denn du denn mit Novitzki ey ey? Wirklich? Ich bin Kada. Ja. Ja, ich habe mir zugegeben. Passt. Auf diesen Trick hier, damit der Spieler so herankommt. Jetzt auf Cayman. Mit dem Dunk drinnen! Oh, wie ein 60er sogar. Geil. Und wenn du ihn siehst, dass er sich frei läuft, einfach zu ihm passen. Ganz einfach. Schwer, oder? Da ist FIFA einfacher. Naja. Naja, eigentlich nicht, weil ich auf Weltklasse spiele. Okay, auf einen Tricks her, meine ich. Ja, Tricks kriegst du nicht alle über FIFA her. Upsala! Ja! Blocking Foul. Ah, du hast Fallwürfer. Wenn du willst. Nein. Du musst zu lange drücken. Mindestens 3 Sekunden. Wenn die Hand oben auf seinen Kopf drin ist. Warte. Ey, was trifft der denn bei einer B-? 2- sei zu schlecht. Nein, Alter. Sind nur 11 Notenpunkte im Ego. Du weißt, etwas zu früh bis länger halten. Okay, das war zu früh her. Ach, B+. Da trifft er wieder die Socke. So, geh du mal an die Defense. Mit wem du immer bist, mit Nowitzki. Wo ist mein grüner Pfeil? Oh, da war meiner. Oh, der kam erst so. Alter, was hast du gemacht mit Collison? Ich wollte ihn nehmen, aber ich mach ihn mit Collison auch nicht. Du kennst ja meine Stilfunktion. Ja, ich bin eher so der Stiler, ne? Wie du rumläufst, Alter. Drinnen sind sie immer. Ja, ja. War so ein bisschen unkontiniert dein Laufen, ne? Naja. Oh, Mom. Opfer. A drücken. Ich hab A gedrückt. Ja. Aber ich hab B gedrückt. Oh, ich war aber fast dran mit Nowitzki. Was ist gut? Ja, ich muss ja mit den Spieler wechseln. Ja, mit 4. So. Kein Rückspiel, Alter. Boah, auf Collison und 4... 3? Leider nicht. Ich glaub, die Punkte hab ich jetzt alle gemacht. Ach so, du hast Nowitzki einen gemacht. Uh, Eliow. So. Alter, der sah schön aus, Alter. Mit einer Hand? Wunderbar. One Hand. Doch mal, was schönes auch von denen. Ich hab's immer auf uns gedrückt. Äh. Ich wollte auf uns gerade, der von mir was. Gott, Cayman. Weißt du noch? For free Cayman? Ja. So, wenn du jetzt ja hast, dann drückst du den linken Stick. Um vorbeizugehen. Oh, den nicht reinzumachen. Schön. 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 Schön, Tobi. Nein, wie sind denn da reingekollert? Das ist immer Zeitpunkt. Ja, weil wir jetzt hier erstmal versuchen, ein bisschen zu tricksen. Dann müssen wir mal fixen. Witz geht aus. Jungs bei Maren Ross von Koch und Mayo rein. Und hier kommt... ...Konningham. Oder West. Na, Homa Bobo. 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 du bist nur um Tritt und die Mahlze die Einwanderung ist doch nicht wahr das ist aber auch oder die Fertigte es gibt sich was ihn und die GmbH und Boxer 16 Prozent ja alles kann Einfach nur weil es kann. Hast du gerade Brandt diesen Korb gemacht? Ja, Fedoroy. Ja, Brandt ist ja ein ganz guter Fertig. Ja, auszeigen. Ja, Kevin, der drückt schon wieder. Der hat gerade so gemacht. Ja, macht er doch immer. Der hat sogar kacken, was der. Ja, schön so, schön so. aber ich bin hier irgendwie nicht so spät ins Spiel ja wen soll ich denn bitte decken ey ich hab hier so ein Pfeil, wo zeigt der denn hin? oh wie so ein Glück das immer so ging oh aber vielleicht mal na jo so abgepackt und freut sich wie ein kleines Kind von der Schriftreich aber wie hast denn den reingebracht ey? läuft der so einfach mal Plupp war doch schön und fliegt hin ja nun bis ein bisschen Boden kuscheln Boden kuscheln so jetzt mal sehen oh der Karte Stopp der war bei B-1 Witzki der Lappen ne Witzki der kann noch schnell weil es ist das Problem wenn du bei B-1 bei Nowitzki hast weil er wirft so hoch er zum hohen Wurf ey wo muss ich rin? das ist das Problem ich habe immer irgendwie nie einen Pfeil das ist nicht Brand hier Bobo Bobo hier for free hier Alter dann dien mich da zu Recht gesprungen spring nein nein ich hab ihn fast so jetzt erfurt aufsag boah mach'n drehen einmal nach hier außen zu können komm drinnen ja wie geil der war das war ein gutes Spiel das war gutes Spiel gerade du hast mich gesehen und besser du hast mir gesagt dass ich dich sehen soll du hast mir gesagt dass ich dich sehen soll kannst du mich mal angucken ja ich hab ihn geblockt er hat gegen meinen Rücken geworfen hier vorne so 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 was da war es knapp dran ab ich bin zu früh gesprungen aber es ist gutes Spiel von uns hier also ein bisschen ist es ist heute 9 Uhr zum vom Jahr der Spieler aus ein bisschen bei FIFA abgekupfert von äh wie heißt es von dem Spielstil neben dem Bruder sie unten mit der Geschwindigkeit mit der Anzeige des Lebens bei FIFA jetzt auch so nie also wo aus dem Stress passt schon wieder gemacht ich bin sie sind aber haben sie gründen ja ich geblockt ja es geht nach vorne 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 schade du hast mal noch ein bisschen weiter verrennen können ja ich wusste nicht wie die Zeit reicht ah gut dann geben wir ab in die Vödelpause ne 26 für 22 für Rockland bis gleich so da sind wir wieder in der zweiten Viertel in der zweiten Viertel in deutsche Sprache schwere Sprache da sehen wir da sehen wir Nowitzki und Marion einlaufen ach jetzt hat Nowitzki auch seine zweite Amtszeit im Spiel und jetzt versuchen wir mal aufzuholen ein bisschen 4 Punkte Rückstand auf die Brooklyn Nets wobei das natürlich auch geht mit 4 Punkte Rückstand das ist ähm es ist nicht schwer aber es war halt unsere eigenen Fehler das ist das ist das ist ganz ruhig den Namen nach der Köln der Köln M11 L.T. Schön die Mitte passen das ist ich kann dir von mir werfen mit mir nee ich gebe mich so weit jetzt kann vorbei ein an von mir vorbei jetzt raus zu hinten machen man wird schon Feuerwerfen ja ich erinnere jetzt schon mal werfen ich hatte schon gedrückt aber der hatte ich steck aus und hat mich sehr scheiß Steakhaus sagen ich bin dabei mit dem Teckel damit Kartenmann da habe ich noch ein paar Spieler beim Freiburg so warte du wirst stopp ich bin ich bin wie der wird alter wie in der Schule nach vorne wässer denn so der drückte Weise weg er sagt sie was du mir jetzt es ist was die bloße er er hat er hat ein ich bin ich bin ich bin ich bin er stand frei er ist hat immer jemand von uns er fand jemand den Ball er ist es doch niemals das ist so unkoordiniert bei uns in der Verteidigung die müssen denn jetzt gibt es für die Probe im Krieg er ist nun ich bin die das das ist das ja das ist das ist ich meine wir können die Einstellung eigentlich wenn das ist ich bin ich bin ich bin ich bin wir die Zeit weggespielten sind war War ich bin dran scheiße Beinze Fick Beinze Fick ja erstmal wegg ja ich jetzt raus spielen ja ich hätte jetzt gelacht wenn du mich nicht mehr eingemacht seitdem alles knapp das ist meiner die Weile zeigen heute nicht mehr zu den Spielern ich bin nur doof rum ich weiß nicht wen ich decken will, weil ich weiß nicht ja, da möchte ich mal auf Nowitzke ach, hier raus, auf Nowitzke hier Mann, Kater, der wird seine 20 Punkte pro Spiel geben ja, der ist 6 ey, es steht in Gleichstand es steht Gleichstand das ist deiner hab eh keine ich seh der mordlich an wo ist denn hier East? ah, Mist ich hatte die Welt geblockt komm, jetzt müssen wir ein Dreier werfen in den Silber füllen hier, Colin ah, wir probieren mal aus hier mit ähm, RL oder wie das Ding heißt und dann drücken wir mal meine ah jetzt mal wissen wo A ist, ne ja, ich bin nicht so Xbox Controller Spieler sondern PS3 und das ist weder was anderes mach sie jetzt mal mach sie jetzt mal soll sie so ein Dreier werfen ah, man, man, wer nicht fängt ja, jetzt soll sie jetzt mal aber wie so ein Rückstand was, die werfen dir nicht rein du guckst ja, ja, ja die Mary 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 die Taste hab ich doch das war so wie die Taste ja, klar, klar, er kann noch Dank machen mit fünf Spielern, wo er die Erne er guckte nur aufgrund drei Augen um das ist 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 warte, 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 warte warte, warte so, jetzt müssen wir mal aufholen wir müssen den jetzt den Ball irgendwie wegnehmen wir dürfen jetzt keinen Kopf machen es ist dann, wir sind jetzt noch im zweiten wird ja so ne Neger ey da war grad ne Neger ist Cayman oder Brand ach, Brand ist besser West, na gefällt mir irgendwie nicht ey, ich mach mal Jones rein, oder? ja, sag mal ich kann ihn der kann ihn aber auch bekannt ja, das ist schön so du bist schon mal knapp 20 Minuten? naja, erster Fahrt geht doch das ist immer so ne halbe Stunde, weil noch vier Minuten eine halbe Stunde vier Minuten, zehn Minuten im Spiel vier Minuten im Spiel und zehn Minuten noch ein paar Sekunden halbzeit oh, ich leck's krass ein bisschen ja, das war wie in der Ausweg ja, das war wie in der Ausweg na, zu leicht durchgehen ey, hier, hier links jetzt gehen wir auf normale 60 wieder ne, bei den 60 der später wie der Gäste kann denn kein Fadeaway, wie dumm ist der ja, du Mann, du musst beerben ne Heißprite ja, außer seh, nicht die schausten auch doch vor so macht man das hier ja komm da war ein Wurf vor allem war es um auf zu lenken und nigger wieser toll das hat man so Mann, das ist eine scheiß Piste! Mann, ich dachte, ich wäre Mayo. Da muss ich noch nicht rein, Alter. Oh, muss der so rauskacken. So. Okay, Mayo ist ein 1. Punkt. Schöner 3er. Komm, jetzt müssen wir aufholen. Nee, es ist 5 Punkte hin. Ja! Nein! Hat ihn doch. Eigentlich hat mich getroffen. Er hat voll gegen mich gelaufen, da konnte ich gar nichts machen. Einmal um uns. Wo ist denn 30? Wir müssen dann noch eine 45 stehen haben. Ich bin schon leise. Hallo! Was machst du denn? Siehst du, jetzt bist du doch die Vorzehn, ey. Ich kann die Pässe wenigstens, aber du kannst sie ja nicht. Du machst... Du bist auch... Magen-Drecks-Aus-Zeiten. Gehen. Beenden. Einfach weg die Kette. Zwei Minuten nachweisend, ey. Brooklyn ist neilisch. Ja. Siehst du so ein Drecks-Bass schon? Ja, aber ich weiß, dass da jemand steht, der frei ist. Ja. Boah. Boah. Und ich weiß, dass da rein geht. Ich gucke jetzt hier. Sechs Punkte Rückstand. Komm, zwei Dreier. Und die dürfen keine Punkte machen. Ah! Ich mag das, wie sie benutzen. Sie sparen sich aus und schlagen sich aus. Ich mache dir hier den extra PAN. Ich habe da dreck? Warum lecken wir das jetzt? so wie er ist ich davon hat es das ist wo sind Armat und 3 Oh ja! Oh ey, hau weg! Blocked! Oh, diese Spaten! So einen dummen Danks mit zwei Händen da! Du bist doch immer gleich! Man muss doch mal ein ordentlich machen! Ja, sie kann dann sexy werden! Sechsen! Was steht hier denn frei? Geht doch! Mayo, Mayo! Die Tube ist wieder hier unser Held, ey! Mayonaise! Die Tube! Ja! Ja, los, renn! Ja, siehste, die Tube! Ich sag doch! Ja! On fire! Dallas steht Kopf! Noch fünf Punkte zum Aufruhr! Komm, ran da, ran da! Los, Steakhouse! Immer den Rudi-Mann-Filet! Ja! Nein! Oh, ich hatte den doch! Ich bin extra, wie soll der Treffen? Ja, bobo, bobo! Und! Oh! 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 Geiler Reverse-Dank! So muss das so! Ja! Hier vorne Mayo! Komm! Sorry! Scheiß! Du, mein Dank! Ja, ich hab dann gedrückt, der hat auch Dank gemacht, aber wenn der hinten da drückt, der kann ja nichts machen! Der drückt! Da ist das für, wenn der da gerade präsentiert ist, habe ich schon mal reist! So, bobo, genau! Komm! Dank, einfach free! Was machen! Bobo, for free! Oh! Warum machst du die denn nicht mit dem Bobo? Die sind so kaputt, die Niga! Deinem Auszeit! Gleich! Können wir jetzt nicht mehr beballern! Komm! Mann, der hat, der hat nicht geworfen denn! Oh, wir haben nachher noch 0,4 Sekunden! Oh! So! So! Die wohnen gerade ausgewechselt! Oh! So ein Bullstil, ey! X3 so! So! Kada! Ja, aber das wird einem auch nicht gesagt, wenn die ausgewechselt werden! Du siehst es ja nicht! Komm! Du bleibst da dran, ne! Ja, wie soll man denn da bitte dranbleiben? Was der da findet? Kacke, Mann! Wie hat denn der... Der wäre reingegangen! Der hat noch schon rausgehauen! Das war ich! Du warst der, der gefeuert hat! Ja, ja! Immer, ich glaube! Du bist doch nicht! Ah, Penner! Los jetzt! Hop, hop! Scheiße! Ich mach schon den Buzzer wieder! Am wenigsten ist der Ball nicht reingegangen, so haben sie nur 2 statt 3! Mit Collison, oder? Ja, rennen vor mit Collison! Jetzt mal vom 3er! Komm! Nein, nein! Schade, schade! Die Buzzer wieder gelingen uns nicht mehr! Nee! Nee, aber dir nicht! 3,56 Sekunden! Mit Mayo! Nur Mayo kann das! Okay! Die 45 haben wir erreicht! Und wir sehen uns im nächsten Paar wieder! Von NBA 2K13! Genau! Bis Donnerstag! Jo! Ciao, ciao! Ja! 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 Ja!